hallo da jetzt schon kommt zu einer weiteren folge der shop und ich krieg wieder hier einen krampf im nacken ich bin wieder am start, der gleich ist gekatert schon wieder? ja ich bin wieder am start, deswegen gibt es heute wieder eine chaos-folge und zur krönung der chaos-folge drehen wir gleich erst mal um 180 grad gleich wieder 5 abonnenten weniger ja genau so ich würde sagen wir fangen doch heute einfach mal an ich kann euch heute sagen es gibt heute ein alter was ich mir kaufen werde und jetzt dürft ihr raten was so also wir gehen jetzt mal hier rein der schielt, gleich, guck mal so wir gucken jetzt mal rein beim kastor kastor also das sieht so aus halt wie magien ja das hast du sehr gut erkannt ja sofort, das haben sie sehr gut erkannt toll man, du bist gekapert komm wieder raus, ich geh weiter rein auf jeden fall steuer ich jetzt als übersperr ja gleich mal kann irgendwelche machen ach guck mal jetzt hat er nicht so entschiedst du mir, ok was würdest du dem geben dem magier? dem hab ich gestern schon bewertet also dann darf ich ihn nochmal bewerten den hab ich auch gegeben oh elmira 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 ey ich würde sagen die sieht ein bisschen schlechter aus als andere als ich mir sagen 15 hey hey was ist das? was war bei der Zunge passiert? was ist deine Zunge passiert? nee du hast ja eine schwarze Zunge was ist damit passiert? was ist passiert? was ist passiert? du hast eine schwarze Zunge was ist passiert? was hast du denn gegessen? ich kann mein Mund nicht mehr öffnen es geht nicht ey was ist passiert? ey ich hab nix gemacht ich hab gar nix gemacht guck ihn dir an ich hab irgendwie bin ich jetzt glaube ich jetzt bin ich das doch jetzt bin ich das jetzt bin ich das jetzt bin ich das okay guck mal wie der aussieht der regelt von meiner meinetwegen so also 5 von 10 5 von 10 ja ich hatte hier glaube ich 6 von 10 gegeben so jetzt mach doch mal hier weiter da mach doch mal da weiter also jetzt würde ich sagen wir kommen zu oh Spellzlinge den habe ich mir gekauft heute hey oh meine Zunge ist schlimm den ja den hat er sich heute gekauft das hätte er auch im Video machen können ja ich wollte es aber schon vorhin haben hätte er auch schon im Video machen können ok komm geh da mal rein du bist schon wieder gekommen ich kann auch nix dafür ich kann meinen Mund nicht öffnen das ist das Problem weil da irgendeine Klebmasse zwischen meinen Lippen hängt das ist keine Klebmasse das ist deine Zunge irgendwie kann er mich irgendwie erkennt mich so jetzt ok ich würde da ja 10 von 10 nee klar musst du geben ja ich glaube 8 hatte ich 10 von 10 jetzt bin ich gleich wieder weg wenn du da vor meinem das kann auch vor allem keiner sehen so gesundheit was gibt es denn nur den Magic Reefs 10 von 10 10 von 10 mega geil ich weiß nicht ich glaube ich hatte 7 oder so oder 8 gegeben was er gleiche sind uns gleiche übersehen oder nein ich bin vom Melmax ok und jetzt jetzt kommt der neue den habe ich geliebt ist das schön damit ist das schön lass es doch nochmal wenn du es schon gekauft hast mach dann nochmal mach dann nochmal mit dem oh mein Gott oh mein Gott ja übrigens habt ihr auch diesen back da bei euch dass ihr beim letzten charakter nicht nach oben kommt jeder bin ich habe heute 29.811 xp gemacht und er macht aber nichts jeder bin ich ja gut ich glaube die 30.000 aber aber vorher war es das so gewesen dass man das was man hatte das was man an xp zusammen hatte aber egal ist nicht schlimm ich werde er begeben so spektrum was gibst du irgendeine hä was gibst du ey ich gebe dem Lama Kadabra gebe ich 10 ich finde den toll 10 von 10 spektrum die ist grausam 2 von 10 4 von 10 0 von 10 0 von 10 das ist ein Nosekin sieht aber nicht so schlimm aus die sind genau also wenn du da jetzt ein Punkt mindestens drauf gibst ich gebe 3 4 Punkte drauf du für Nosekin ich hoffe ich muss ja gleich einen neuen Account erstellen dann kann ich mit Nosekin spielen nein ich will keinen Nosekin spielen ja ich liebe Nosekins nein und da jetzt da der Survival Specialist durch der das Inhalt haben wir beliebte Skins irgendwie ja gut der sieht ja nicht so schlecht aus das ist Nosekin ja er sieht aber nicht so schlecht aus Nosekin sieht immer kack aus es gibt welche aus so der sieht noch cooler aus also dann gebe ich dem anderen 2 von dem anderen 3 von 10 und dem 5 von 10 den nehme ich 6 von 10 ach dem gibst du 6 von 10 dem gibst du 6 von 10 als wär das was anderes jetzt was denn warum war denn eine Mütze auffahrt naja der hat der Käppi auffahrt und der Totenkopf hat er hier auch voll alles düstere Sachen und meine Lieblingsfarbe auch Nosekin auch Nosekin na ist kein Nosekin so Doppelmoralist C4 C4 Egal ähm ich würd sagen 0 von 10 ja dich auch sieht richtig kack aus Nosekin Markenzeichen unser Markenzeichen der Battle Call 10 von 10 jawoll megageil dusch warum ich fahre heute schon ein Bild und 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 kommt da nochmal rein kommt da nochmal rein das kann auch mal haha was hast du eine pappische Zunge hier du stellst danach wenigstens wieder zurück sonst muss ich das im nächsten Video wieder an ist denn dann hänge ich wieder da und das wo bist du etwa schwer so groß geworden ne also was der sich mit solchen Sachen stundenlang beschäftigen kann ne also falls es euch gefallen hat da dann lass doch mal gefallen hat das doch mal wie sieht der Saumlook elaks wenn es euch berührt dann abonniert uns wenn es euch gerührt dann lasst uns das doch mal einen Daumen nach oben da abonniert den kanal falls es noch nicht getan leute die glock und schaltet und schreibt die kommentare und abonnieren 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 mit mir dem herrn gleich und den typen da den komischen mit der schwarzen zunge da keine ahnung was hast du das zuviel akritz gelutscht macht's gut bis dann und die leute die jetzt aktiv sind vergleich bin ich so am 108 grad dreht so platz wie eine volunde also meine folgen da was ist eine volunde sorry